Alle sprechen über Klimawandel, über Digitalisierung. Sicher, das sind die Themen, die unsere Zukunft prägen und die von ABB. Wir haben uns also gefragt, wie wir die Wirtschaftlichkeit der Industrie erhöhen und gleichzeitig etwas für unsere Umwelt tun können. Dann hatten wir eine Idee, eine Vision. Politisch gesetzte Klimaziele müssen nicht nur erreicht, sondern schneller erreicht werden. Aus einer Vision ist eine Mission geworden. Statt zu reden, haben wir einfach gehandelt. Hier in Lütscheid bei Buschäger mit ABB-Technologie. Wir wollten den Beweis antreten, dass sich ein kompletter Industriestandort mithilfe von ABB-Technologien energieeffizient und fast CO2-neutral betreiben lässt. Und ja, es funktioniert. Keine Lösung ist OptiMax als Teil der ABB-Ability Energy Management Suite. Mit OptiMax ist die vollautomatisierte Steuerung und Überwachung aller Komponenten der Energieversorgung und Verteilung möglich. Etwa dem Solarpark mit Wechselrichtern oder der Schnellladestation. Die Cloud-Anbindung an das ABB-Ability Collaborative Operations Center in Mannheim sowie die Nutzung künstlicher Intelligenz unterstützen dabei den zuverlässigen Betrieb sowie kontinuierlich bessere Vorhersagen für die Energieerzeugung und den Energieverbrauch am Standort. OptiMax und die ABB-Komponenten sind so skalierbar und modular aufgebaut, dass das System sowohl an kleinen als auch großen Industriestandorten eingesetzt werden kann. Und es kann viel mehr. Mit unserer Lösung gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir bringen das System zu Ihnen nach Hause, in Ihr Büro, in die gesamte öffentliche Infrastruktur, in Busse, Bahnen, in ganze Städte und Regionen. Begleiten Sie uns auf der Mission to Zero und lassen Sie uns gemeinsam die CO2-Emissionen auf ein Minimum reduzieren. Die Technologien sind da, wir können sofort starten. Technologien. Untertitelung des ZDF, 2020